Ja, der hat Karten geholt, der hat Karten geholt und soll mir hinterher. Die Rush. Nein, sag mal. Wollenspiel. Ich hab einen, 200, 200, 220. Armah hat einen. Einer ist über uns, oder? Der ist neben uns. Halt your side. Halt your side. Mach Impulse, wenn du kannst. Kannst du impulsen? Einer ist über uns. Über uns, über uns. Halt your side. Juhu! 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 Mein eigener Scaf Controller Chat. Gerade 20 Siege hintereinander oder sowas. Mein eigener Scaf Controller und, guck's euch an, Scaf hat mir auf Ehre sogar hier hinzugeschickt. Das ist der allererste Chat, der aller allererste Controller, der nur für PC gemacht wurde. Das heißt, das ist kein Xbox Controller, das ist kein Playstation Controller. Oh mein Gott! Digga, das ist sogar mein eigener. Oh, den hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist mein eigener Invision Controller. Guckt euch das an. Es gibt seitliche Tasten. Also es gibt die normalen Tasten. Die könnt ihr sogar anpassen und sagen, ich möchte anstelle von komplett durchdrücken, kann ich die so klicken lassen. Es gibt seitliche Tasten. Es gibt fünf Tasten hier, die ihr komplett konfigurieren könnt, wie so ein Stream Deck. Jetzt gibt es nämlich bei Scaf gerade die Weihnachtsangebote. Deswegen hat Scaf mich darum gebeten, euch nochmal Bescheid zu sagen. USB-C Anschluss, das heißt noch schneller laden. Ihr könnt das ganze WLAN als aber auch mit Bluetooth spielen oder auch natürlich mit Kabel verbinden. Alle vier Paddles hinten sehr, 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 sehr nice. Direkt am Controller dran. Das ist sehr, sehr krass. Das ist der erste und das ist der 0,00 Delay Controller, den es überhaupt gibt weltweit. Und der hat natürlich hier die G-Tasten noch mit fünf Stück. Es gibt zurzeit ein Angebot und zwar 30 Euro plus nochmal mit 5% Code AMA würdet ihr sparen pro Einkauf. Für alle Xbox und alle PS5 Controller. Also für den Invision Controller nicht, für alle Xbox und alle PS5 Controller. Und für den gibt es 5% Code AMA. Da könnt ihr euch was ausruhen. Könnt ihr auch nicht nur mit dem Faceplate, also diese Faceplates sind sogar abnehmbar. Ihr könnt auch andere Faceplates benutzen. Auch von anderen Streamern oder einfach so schwarze oder weiße oder sonstige. Könnt ihr sehr, sehr, sehr gerne abchecken. Und Scaf ist schon seit, ich glaube, 8 Jahren bei mir Partner. Wenn ich von einem Produktchat hundertprozentig überzeugt bin. So, ihr wisst ja, ich mag einfach nur nicht so gerne Wärmung machen. Wenn ich aber von einem Produkt tot, tot, tot komplett überzeugt bin, dann ist es auf jeden Fall Scaf. Soll ich echt gesnipet von ihm. Headshot snipet da bei dir? Digga, die werden alle Headshot snipet. Kommt der! Hier ist auch noch einer. 150, dead. Nice! Oh mein Gott, macht das Spaß, Digga. Kommt doch alle her, ihr Opferkinder. Hotgeil, Digga. Die werden alle Headshot snipet. Und wenn ich Headshot snipet werde, dann sag ich, scheiße, das Game. Das ist nicht so cool. Ja, hier ist einer. Alle. Der Bullet Drop auf diesen Scars. Der Bullet Drop auf diesen Scars. Nein. Heimlich nach. Hat jemand einen Kleinfahrschuss? Drei. Wird Lowkey angeschossen. Wird Lowkey angeschossen. Wird Treffen sein. Pracked. Was sei denn? Auf eine Mark. 100. Shots. Digga, wir sind die besten Sniper der Welt oder so. Dann kann man sprinten mit dem Schild. Das ist ja komplett stark. Ja, das kann ich nicht. 120. Mein Lock ist immer noch da. 120. Auch 110. Ganz unter das Auto schießen. Pistole ist so toll. Dead. Dead. Medaille. Ist kein extra Schild mehr. 120. 120. 120, 200. Nice. Da oben. Niemand hat auch versucht auf mich zu snipen. 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 Dead. Besser besser. Pass auf, von links noch. Links, 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 links. Pass auf, close, 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 close. Komm mit. Wir gehen die pushen. Bro, was ist mit dir? Was ist das für snipes? Ja, ja, ich weiß, Chat. Ich hoffe, er ist am meisten. 110. White. Red. Nice. For me, for me, for me, close. Links, links, links. Einmal. Warte, ich komme. Ich bin menschliches Schutzschild, genau. Ich bin menschliches Schutzschild, genau. 100 Headshots sniped. Ah, sorry. Tolle Jungs. Eigentlich wollte ich auch mitspielen. 1,10. High-toad sniped. Hey. High-toad sniped. Digga. Nein. Hamas tut. Nein. Nein. Nein, nein. Er sieht mich. Er sieht mich. Ja, du musst er essen. Weggehen. Ja, ja. Daddy. Ja, ja. Geil. Da, ja. Ich habe einen davon. Das spieler 31 Ap. Ich glaube der andere wurde auch geristet. Ich hab noch einen. Ey, wegs von dir. 100. 150. Drei Leute noch, oder? Ja, das ist jetzt der letzte. Ich seh. Der will wieder, weißt du? Nice, let's go, Alter. Komm mal rein. Kann, Alter. Du musst dir irgendwie ein bisschen... Nice, guter Schuss. Dead, one, one, one. Auch noch einer dead. Letzter, letzter. Ja, push uns einfach ohne. Let's go. Oh my god, Digga. Was haben wir mit dem gemacht? 28 killwind, Digga. Das ist komplett mehr als nur GDC. WTF, man. Immer 10 auf den? WTF. Busch ist einer hier, ne? 1, 2. Ich geh da hin. Soll ich den Finish holen, oder nicht? Das ist eine mythische Pump. Mythische Pump. Die ist leer. Hast du den Coin? Wir haben jetzt gerestet. Wahrscheinlich jetzt ein Trio unter euch. Ja, aber... Ja, aber... Er... Erdshot? Erd? Jetzt, what? Ich bin so zu... Oh, Max. Alle rauf, boah. Ja, ne. Ich wurde gesniped von oben. Da geht Erdshot. Da geht Erdshot. Ich geh direkt drauf. 10 in Finish. Abgefinished. Er ist da recht. Der andere, der andere unten. Erdshot bleibt. Noch einer hier im Busch. Hammer, das ist zu gut. Der Mensch glaube ich nach rechts. Ja. Let's fucking go, Alter. Die wurden ja so geschittet. Und hier, hier rechts von mir auch. Ah, 10. What the? What the? What the? One, 10. Oh my god. Ich hab ihn 100... Ich hab ihn 110. Er kommt jetzt gerade zu mir. Aufm Berg. Ach so. Der da, ja, der da. Nein, ich krieg den nicht. Ja, ich bin tut. Oh, er trifft nicht. Ist der Schreck. Zug. Der zockt, der Zug, der Zug. Ich komme auch auf meinen Zug. Der Zug. Bisschen ohne was. Darf wir mal den Prime vielleicht da lassen. Entweder ein Trio oder... Ja, nur ein Duo. Ein Duo und ich noch. Das hast du. Obenauf da. Der ist unten. Der ist unten. Der ist unten, wie einer. Das ist drauf. Ich glaube... Da ist einer drin, ne? Ja, ja. Okay, okay, ich mag das. Bisschen unsichtbar bei mir. Das ist cool. Das ist jetzt auch mal, wir fighten jetzt. Nein, das ist los. Das ist los. Nice, dass du durchgemacht. Ja, aber jetzt nicht mehr. Aua, der hat mich auch schon getroffen, der ist der Beste auch im Snap. Du hast kein Extrashell, chill kurz. Ich glaub der andere Solo macht gar nichts. Der chillt. Zu Kopf, oder? Du hast sogar Schalldämm verbrochen. Schön! Schön! Wie ist das jetzt so drauf? Ich hab Schalldämmen drauf, ich hab Schalldämmen noch nicht richtig ausprobiert. Aus dem Busch, glaub ich. Okay, Liga, jetzt rach ich! Jetzt rach ich! Liga, hier ist der Chief! Liga 25! Boah! Oben auf den Baum, oben auf den Baum ziehen, ja. Schön! Wo ist der denn? Am Stein, am Stein, am Stein. Ah ne, da unten. Wow! No, der ist tot. Der, der ist, der der ist. Okay, soll ich einfach töten? Oh Mann! Ah, ist das Gau, ey. 29, klärts schon wieder. Schwarz, weiß, ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit, musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times. Ich lerne aus meinem Versagen. Ich lerne aus dem Nächsten.